Du bist im Homeoffice oder unterwegs? Du möchtest mit deinen Kollegen oder Geschäftspartnern per Videokonferenz kommunizieren? Aber leider ist die Audio- und Videoqualität nicht so, wie du oder dein Gesprächspartner es sich vorstellen? Dann bleib jetzt dran. Gleich gibt es ein paar Tipps, wie du das Problem finden und beheben kannst. Bevor du den Fehler beheben kannst, musst du ihn natürlich erst einmal finden. Im Grunde gibt es drei Möglichkeiten, wo der Fehler liegen kann. Entweder bei dir, bei deinem Gesprächspartner oder bei dem Anbieter der Videokonferenz. Für dieses Video nehmen wir an, dass der Anbieter der Videokonferenz nicht das Problem darstellt. Bleibt also noch deine Internetverbindung oder die deines Gesprächspartners. Das erste Werkzeug, das ich dir vorstellen möchte, mit dem du deine Internetverbindung untersuchen kannst, ist das sogenannte Ping. Ping funktioniert folgendermaßen. Es sendet ein kleines Datenpaket an einen Server deiner Wahl im Internet und bittet diesen Server, das Datenpaket sofort zurückzuschicken. Dann misst Ping die Zeit zwischen Senden und Empfangen dieses Datenpakets und gibt diese Zeit aus. Das Ganze wiederholt Ping dann jeweils einmal pro Sekunde. So lange, wie du möchtest. Ping liefert uns verschiedene interessante Informationen über deine Internetverbindung. Zum einen, wie lang du auf eine Antwort von einem Server im Internet warten musst. Zum zweiten aber auch, ob diese Antwortzeit über einen längeren Zeitraum gemittelt immer ungefähr gleich ist. Und zum dritten, ob du auf jede Anfrage an einen Server im Internet überhaupt eine Antwort zurückkommst. Um Ping zu verwenden, gehst du folgendermaßen vor. Du klickst auf die Windows-Suche und gibst dann die Buchstaben CMD ein. Dann klickst du oben auf die Eingabeaufforderung-App und öffnest diese. Dann gibst du ein Ping, Leerzeichen, minus T und dann einen Servernamen, zum Beispiel odn.de. Du kannst auch spiegel.de oder heiße.de oder irgendeinen anderen Servernamen nehmen, von dem du weißt, dass er in Deutschland steht. Die interessante Information hier ist die vorletzte Spalte mit der Zeit. Hier siehst du, wie lang die Antwort von dem Server zu dir zurück benötigt. Und wenn ich die Internetverbindung jetzt absichtlich mal ausschalte, dann siehst du, dass ein allgemeiner Fehler angezeigt wird. Das heißt, das Paket, was du gesendet hast, ist nicht zurückgekommen. Sobald ich die Internetverbindung wieder einschalte, kommen auch wieder die Antworten entsprechend. Du siehst hier Antwortzeiten zwischen 20 und ungefähr 70 Millisekunden. Und das ist eine sehr gute Zeit, vor allem dann, wenn keine Pakete verloren gehen. Wenn du Ping dann nach einigen Minuten durch Drücken der Ctrl- und C-Taste oder Steuerungs- und C-Taste abbrichst, bekommst du eine Zusammenfassung der Ergebnisse. In unserem Beispiel hier sind 18% der Pakete verloren gegangen. Das war natürlich, weil ich die Internetverbindung ausgeschalten hatte. Bei dir sollten eigentlich gar keine Pakete verloren gehen. Also alles, was über 0,1% Paketverlust ist, ist auf jeden Fall verdächtig und sollte untersucht werden. Und die durchschnittliche Antwortzeit, also der Mittelwert, sollte auch auf jeden Fall unter 100 Millisekunden liegen. Das Maximum sollte auf jeden Fall unter 200 Millisekunden liegen. Alles, was darüber liegt, ist ebenfalls problematisch und verdächtig. Der zweite wichtige Test ist die Geschwindigkeit deiner Internetverbindung. Ich empfehle euch, Speed of Me zu verwenden. Starte den Test und warte, bis die Auswertung fertig ist. Zuerst misst Speed of Me deine Downloadgeschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, mit der dich Audio und Video von deinem Gesprächspartner erreichen. Hier sind wieder zwei Punkte wichtig. Nämlich zum einen, dass deine Downloadgeschwindigkeit mindestens 6 Megabit pro Sekunde beträgt. Hier sehen wir 52 Megabit pro Sekunde, was für eine DSL-Leitung typisch ist. Aber außerdem sollte zumindest der rechte Teil der Grafik hier möglichst konstant sein. Das heißt, die Geschwindigkeit sollte nicht zu sehr schwanken. Jetzt wird deine Uploadgeschwindigkeit gemessen. Das ist die Geschwindigkeit, mit der ein Video und Audio von dir zu deinem Gesprächspartner geschickt werden. Bei einer DSL-Leitung ist das meistens deutlich weniger, wie die Downloadgeschwindigkeit. Also hier zum Beispiel 10 Megabit pro Sekunde. Aber auch wenn du nur 1 oder 2 Megabit pro Sekunde hast, ist das vermutlich noch in Ordnung, solange die Geschwindigkeit auf der rechten Seite der Grafik nicht zu sehr schwankt. Zum Schluss bekommst du dann nochmal die Latenz angezeigt, hier in Millisekunden. Das ist im Grunde der gleiche Wert, den wir vorhin bei dem Ping gesehen haben und liegt auch in der gleichen Größenordnung, nämlich hier im Durchschnitt bei 29 Millisekunden, was ein ziemlich guter Wert ist. Werte, die hier bei größer 100 Millisekunden liegen, sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf jeden Fall verdächtig. Wenn die rechte Hälfte der Grafik bei dir so ähnlich aussieht wie bei mir hier, auch wenn die Werte von Download- und Upload-Speed bei dir vielleicht kleiner sind, dann ist alles soweit im grünen Bereich. Im nächsten Teil des Videos erfahrt ihr dann, welche Gründe schlechte Messwerte haben können und welche Möglichkeiten es gibt, diese Probleme dann zu beseitigen. Im nächsten Teil des Videos erfahrt ihr dann, welche Gründe schlechte Messwerte haben können und wie man die Probleme am besten beseitigen kann.